Die Bibel ist für mich eine Quelle der Weisheit und der Offenbarung und zum anderen ist sie für mich Wegweiser und Lotse durch mein Leben. Das ist sicherlich der 121. Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Die Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein Bibelwort, das unser Trauspruch ist, der mich sehr mit meiner Frau verbindet. Und wie oft schaue ich zum Teutoburger Wald auf und sage, aha, das sind die Berge, von denen kommt mir Hilfe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020